so hallo mal wieder wie versprochen das nächste lego starboss produkt mit der nummer 7104 werde ich natürlich auch kontrollieren habe ich es noch vollständig habe deswegen mache ich ja zurzeit diese unboxing geschichten weil viele interessieren sich ja dafür für so alte lego produkte und hier bin ich ja auch gespannt ob es noch vollständig ist und wie gesagt wer weiß wann diese artikel rausgekommen sind möge mir auf jeden fall und in die kommentare schreiben aber jetzt erst mal schauen wir uns natürlich alles an ob ich noch alles komplett habe das ist die bauanleitung und wie ihr wisst da haben sich aber jetzt auch nicht welche bauteile wohin gehören man muss selber immer suchen in die alten bauanleitung natürlich bin ich auf jeden fall gespannt hier sind die alten figuren noch weiß ich gar nicht warum der doch der hat ja ein sperr also werde ich sie jetzt erst mal zusammensetzen bis gleich so natürlich auch bei diesem lego produkt hat der bauspaß nicht lange angedauert aber er ist dafür komplett mal wieder vollständig das ist es nun wer kennt die berühmte szene nicht über die wüste wo sie fliegen und auf jagd gehen deswegen hat er den sperr und er hat das schwert aber auch das wie ihr seht ist ein wunderschönes starbos lego produkt wie ich finde nett anzuschauen klein aber leider schon wieder richtig teuer geworden auch hier möchte ich das gerne postet wann dieses teil raus gekommen ist das starbos lego produkt mit der nummer 7104 schreibt mir das unten auf jeden fall in die kommentare weil ich weiß es will ich nicht mehr wann ich es mir gegönnt habe und wie alt es wirklich ist wenn ihr lust auf dieses produkt habt wo es sicher und bequem bestellen könnt wisst ihr werde ich immer unter dem video verlinken aber billig ist es leider nicht mehr gleich vorab dieses produkt diesen karton billig ist es nicht mehr ich werde es aber trotzdem unter dem video verlinken vielleicht gibt es ja doch ein oder andere der interesse dazu hat so und heute schaffe ich noch ein produkt mir vorzunehmen ob das vollständig ist und zwar das lego starbos produkt 7110 hier ist aber noch system davor also das ist mein nächstes video was ich mache die zeit nehme ich mir jetzt noch ich hoffe ich konnte euch das produkt zeigen nahe bringen und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu